Okay, darf man den einfach raus schieben? Ich komm schon, ja, nice! Hallo und herzlich willkommen auf meinem Cheesy Channel. Ich bin der Gouda und wir spielen heute Fall Guys und zwar als Milchshake. Okay, der Torhunger. Wir laufen einfach bis ans Ende. Wir wollen da einmal kurz abspringen und das war's. 42 Leute können durchkommen. Wir starten in der 2. Reihe und los. Links oder rechts? Rechts. Oh, ja, nice. Und rechts schafft er das? Ja, nice. Geschafft. Okay, rechts rum. Ja, nein. Ja, verdammt. Und... Ja, oh mein Gott. Dass wir das geschafft haben, unglaublich. Okay, weiter rechts, links und rechts. Sauber. Ja. Okay, wir schnappen uns rechts. Schaffen wir das? Schaffen wir das failuresen? Ja. Ja. Sauber. Oh, 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 die kommt ja Masse. Was soll das für ein Pulk? Das sind wir nicht mit fast in einem Pulkrat. Oh. Oh, ah. Folge 13.46 hat es geschafft. und vorbei unter den besten 20 vorgang 12 25 der milchshake mit schickbringt und perfekt das ist einfach memory es werden zuerst zwei hat dann durch vier und dann sechs abverlangt ist zu merken wir starten hier mal schauen ob wir den kakelut unterschmeißen können schubsen nein nein nicht machen einfach den hier und lasst uns den robot machen die auf la meia jetzt legen wir den kakelut raus ja keine raus melone orange kirsch melone orange kirsch banane melone orange kirsch banane steh doch auf ja das halten oh mein gott wir uns noch geschafft das war knapp und die menge traube kirche orange traube kirche orange bananen können wir den rausschocken nein schade das war's am ende wie sie alle ausrasten jetzt wird sich 1 2 2 0 2 35 qualifiziert abschweifen hier müssen wir uns einfach leckeren dingel ding dong dong schnappen und zwar vom gegnerischen team wir sind rot und haben nicht stimmt das sieht aber gut aus ab geht's da hat keinen abgeschweift nein 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 und schnappen wir uns den nein da ist ein blauer den holen wir uns kommt schon da läuft ein blauer vorbei dann schnappen wir uns und schnell weg hier kommt da kommen welche hoch direkt von denen nein 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 ja kann man jetzt sein keinen sekunden ich will so ein arg und komm schon jaiscover zwei sekunden ja qualifiziert das war knapp aber leute ihr möchtet auch zur gang gehören und möchtet teil von late space werden dann besucht auch meinen disco server und seid bei zukünftigen let's plays auch am start link sie in der video beschreibung und jetzt sprung club alle weiteren informationen findet ihr dann auf dem disco server nebenbei okay hier müssen wir einfach nur springen wenn wir kurz vorm grünen sind versuchen andere und schmeißen es geht natürlich hier denn hier zum beispiel und schubser und wieder loslassen wir sind ein milch shake hier das ist der bananen was das kind ist aber noch der obere teil und wir brauchen auch noch den das war ein wunderschöner er wieder in die menge rein ja ist aber okay jetzt jetzt knapp müssen rüber 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 die masse nein nein dieser drecks kaka du verdammt scheiße egal gleich weiter das war sehr gut gegräbt mies aber gut okay wir sind auf schmierer haben wir bekommen aber wir wechseln jetzt nicht und gehen direkt in die nächste runde wenn ihr dann kann ich ein bisschen das zum disco zu erzählen wenn ihr dann da drauf seid bevor ich aufnehme schreibe ich das dann einfach da in die gruppe rein und wenn dann jemand da ist und lust hat das spiel hat welches sich dann in dem fall jetzt playern ist kündige ich auch an und dann kann man gerne eine zusammenspielen wenn euch das gefällt wenn ihr lust habt auch mal teil von jetzt zu werden zur community zu gang zu gehören zur cheese factory die dritte reihe wir und pommes lassen perfekt zusammen deswegen laufen wir pommes und schmierer haben eingehechtet schnell oh mein gott wir sind ja schon sehr weit vorne weiter weit weiter und jump jump hier geht es weiter sehr schön super freien weg dadurch okay hierdurch bauer wie viel da rumliegen und schnell rüber aufstehen aufstehen wir müssen den pulk bleiben wir müssen den pulk bleiben und springen sauber sauber in schnell weg von der masse ja da ist das schaffen wir haben wie schnell die jahre war und beendet nicht nur noch 42 guys wenn ihr das schaut und richtig cheesy auf die nächste folge seid lasst doch ein like und ein abo da darüber würde ich mich freuen kommentar nicht vergessen immer wieder gern gesehen lasst mir kommentare da was euch gefällt was euch nicht gefällt was ich besser machen kann schreibt es in die kommentare die wippen ok das sollten wir hinkriegen außer wir haben ziemlich viel pech aber nein nein wir haben kein pech auf gar keinen fall wir fallen wieder der pommes pommes und soft drink passen wunderbar zusammen oder den hot dog 1 da sind ziemlich viele auf uns gelandet und die masse schon vorbei springen rüber versuchen es schaffen es ja ja das kriegt man hin langsam aber sicher diese ananas diese gröbeln der ananas mal schauen ob wir die noch fangen können und ja 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 rüber 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 ganz hoch ganz hoch ganz hoch aufs blaue dann und weiter 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 ja checkpoint super ok ok und hier rüber nein was ist denn hier passiert ja ansonsten windstoß getroffen oder was ist da passiert ok den checkpoint kriegen wir auch hier ist unser erzfeind die patrone jeder der erst nicht weiß patronen also der komplette skin kostet zehn kronen das bedeutet dass derjenige schon meist sehr viel erfahrung im spiel hat und das können wir erfahrenen gegner können wir nicht gebrauchen wir schaffen das ja auch gott sondern wir schaffen es gut nach rechts nein 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 oh mein gott ja ja wir haben es geschafft ja du kannst mich festhalten jetzt halte ich dich fest nee du bleibst hier kollege ja auch mein jogger unsere herzfeinde schon taube und 29 und noch einer er wird es sein wir sind durch das ist alles was zählt folge 12 25 ok hotdog und patrone und unser erzfeind der jogger sind zwei jogger keine ahnung wer es war einfach beide unsere feinde und reifen springen ja ich hasse dieses spiel ich hasse es einfach das ist einfach nur zufall du kannst egal wo du rumläufst wenn du glück hast doch vor dir ein paar ringe auf den internet so wie bei denen gerade da brauche ich gar nicht hinzu denn ich schnappe den da ok den hat schon jemand besuchen wir hier hoch bekommen und ne ne haben wir nicht bekommen gibt es hier welche kollegen auch nicht da oben ist er auch nicht das sieht man es einfach pech oh das heißt das war unsere unsere ungleichnummer ok den kriegt man nicht den kriegt man auch nicht dann schon doch darauf irgendwo ein ja 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 so hier da fliegt einer hinten so ja da sind wir durch nice so richtig nice und hier hier nein 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 wir sind ziemlich schlecht gerade mein gott mein gott rüber rüber und scheiße 35 jungs wir können nicht alle hier sein ja das ist jetzt auch noch alle runter gespielt als goldner nice sehr sehr nice war hier ist einer dahinten seiner ja schön festhalten damit er da noch hin kann ok der blaue kriegt denn und der blaue kriegt denn ok 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 hier kriegen wir den kriegen wir den nein aber den da kriegt genau eine tasche goldner scheiße scheiße wir sind so schlecht 46 kriegen wir da irgendwas hin nee oder nee oder nicht dann erst so ja nein vorbei schade ja deswegen hasse ich dieses spiel ist einfach nur totally glück also da ist überhaupt kein skill gar nichts das ist einfach nur schäblich egal noch eine runde eine runde kriegen wir noch schnell hin die wippen die wippen abgewibbelt wibbel dango ok das sollten wir hinkriegen rechts außen kann gut sein muss aber nicht ok und drauf ab schön in die mitte ok auf 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 ja nein wie oh mein gott habe ich auch gesagt so schlecht so schlecht schön hier rüber ok jetzt schön hier rüber ok das kriegen wir hin checkpoint nummer 1 43 kommen weiter ein paar stehen schon am anfang schön hier drauf springen dann schön auf blau so von ganz oben von hier von sichersten ja ja nice nice nixer checkpoint so hier rüber darf man immer gerne so schräg nein nein ach man wäre ich beim alt bewerten geblieben gucken komm schon geschafft wir auf blau kriegen auf jeden fall hin ja und rosa neigt sich sehr schön sehr schön sehr schön checkpoint geholt ja das kriegen wir noch hin das kriegen wir hin ok ja sehr nice sehr nice ja jetzt nach außen nach außen und runter kommen wieder runter jetzt jetzt ja ok wir schaffen sie sie ja haben wir geschafft du kommst nicht durch nein 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 ja aber noch jemand ein bisschen angst gemacht da laufen noch ein paar rein hier mehr von den wirtschaften schon haben schon folge 1 1 1 1 ja das kriegt ja ja zwar weiß sehr nice der wolf hat es geschafft der milkshake ist immer noch drin mittlerweile wurde spiel schon länger draußen es sind sehr viele es ist sehr scheiße 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 okay was erwartet uns bitte nicht treifen springen ne ich kann ich würde einfach nicht hasse ist richtiger hasse ok schwindende höhen ist einfach oder einfach würde ich nicht sagen aber wir haben es schon sehr oft geschafft wir starten neben unserem hot dog zusammen geben wir ein gutes paket ab ein gutes menü oh mein gott oh mein gott ja spring da drauf wenn hier drauf den außen entlang kann weiß wieder mit dem hot dog schön fast food ah ja und wieder aufstehen komm 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 ok hier außen rum ja sehr nice gemacht sein als jetzt laufen wir mal rechts rum wir laufen sonst immer links ein bisschen was anderes reinbringen und grabeln ja geschafft ach das versuchen wir nicht nochmal sehr knapp wollen ja nicht dass wir rausfliegen dadurch aber bei dem können wir es machen warte 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 jetzt fest halten er fliege sie runter ja und hoch hoch ja das kriegt man hin dass die alle schon mal hier rein habt ihr das sind kurz bevor bevor er anfängt zu hüpfen müsste greifen dann fliegt das ist das sehr irgendwie auch sehr befriedigt ich meine man muss hier einfach sich bestimmte leute ausschalten wenn ich das sehe dass der eine schon einen guten skin hat wo man viel kronen dafür braucht dann werde ich ihn aufhalten ich werde jetzt keinen wolf an aufhalten weil sie sind meistens die anfänger memory sehr easy wir versuchen mal die taube hier auszuschmeißen ja komm schade wie wer steht denn noch so was hinaus der nach der versuch von den einfach auszuschieben komm schon ja weiß es gesehen der rosa kirche traube rosa kirche traube rosa kirche traube abkommissionen empfehle ich hinten jetzt auch nice weiß der andere ist wir können wir auch irgendjemanden unterschmeißen gewählt mail melone bananen apfel melone für melone orange bananen kirche Kaffeln, Melonen, Orange, Banane. Nice. Ja, sehr nice. Wie wir den runtergeschmissen haben. Sehr nice. Ja, aber der wollte wirklich viel. Was ist der? Nee, das war doch ein Jogger, den ich runtergeschmissen habe. Ja, vielleicht ist er geliebt. Okay, Block Party. Ja, das mag ich auch. Sehr nice. Hier kann man auch sehr viel fummeln. Ist immer sehr unterhaltsam. Oh, so viele Raptoren kann ich gar nicht ab. Die müssen alle raus. Milchshakes mögen keine Raptoren. Für die Kirche schmeißen wir die Raptoren raus. Dann schon. Ah, okay. Schiebt. Okay. Ja, schiebt sie raus. Okay. Hier rum. Und den. Okay. Und nach außen. Ich stehe nach außen. Ja. Ja, meins. Nee. Niemann erwischt. Schade. Oh. Nicht selber reinlaufen. Okay. Wir halten ihn fest. Und dann springen wir. Dann halten wir uns fest. Wir halten uns fest. Und kurz davor springen wir. Festhalten. Nein. Ja. Ja. Oh mein Gott. Aufpassen. Jetzt sollten wir lieber aufhören mit dem Scheiß. Und sich um uns selber kümmern. Oh mein Gott. Nach rechts. Ja. Schafft. Und schnell nach links. Schafft. Schnell nach rechts. In der Mitte. Hier schön festhalten. Nein. 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 Und beim letzten sind wir rausgeflogen. Oh nein. Das kommt davon. Ciao.